In der Nacht und am morgigen Montag steht in beiden Teilen Deutschlands eine Glatteislage ins Haus. Und damit herzlich willkommen zum Unwetterclip des Deutschen Wetterdienstes. Schauen wir uns die Wetterlage mal genauer an. Ein Hoch über Osteuropa verliert langsam an Bedeutung und für uns wird das Tief hier über dem Nordatlantik immer wichtiger. Es führt mit südwestlicher Strömung sehr milde Luft zu uns, das auch in Verbindung mit Wolken und Regen gesehen wird, die sich dann vom Westen nach Osten hin ausbreiten. Genauer sieht man das in unserem Wolken- und Niederschlagsfilm. Die ersten Niederschlage werden heute Nacht am westlichen Rand erwartet und breiten sich dann im weiteren Verlauf bis zu den Mittagsstunden nach Nordosten hin aus. Das in Verbindung mit dem bereits gefrorenen Böden führt zu einer verbreiteten, unwetterartigen Glatteislage. Dafür wurden schon vorab Informationen ausgegeben. Wenn wir uns das Ganze noch mal zeitlich detaillierter anschauen, dann ist hier der Westen vor allem in der Nacht betroffen, in den Frühstunden und auch am Vormittag der Mitte und der Norden Deutschlands und ab den Mittagsstunden dann auch der Nordosten Deutschlands. Mit der Glatteisbildung ist vor allem mit Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen, aber es kann auch vereinzelt zu Eisbruch oder Schäden an Infrastruktur kommen. Bleiben Sie also vorsichtig und informieren Sie sich immer aktuell auf www.dwd.de und auf unserer Warnwetter-App. Machen Sie es gut! Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.